Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ADAC, die Simulation. Ja, beim letzten Mal bin ich hier voll auf die Scheiße gefallen, bzw. ich habe voll verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Darum geben wir den Versuch noch mal, weil wir haben herausgefunden, dass wir den ersten Auftakt schaffen müssen, um ein Auto zu kaufen und so weiter. Okay, dann wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir nicht dasselbe einen Satz, oje, sieht genau gleich aus. Na gut, ich frage was das hier soll bedeuten, wie funktioniert das Auto? Das kann ich ja nicht anwenden. Na gut, dann werden wir mal die Person fragen, was sie zum Problem hat. Also, gut, er sagt uns, der Motor war einmal am Freitag plötzlich ausgefallen. Was? Okay, dann haben wir noch mehr. Ähm... Was? Ich kann Ihnen nichts über das Auto sagen, da ich leih mir es immer nur aus, wenn ich zu Hause besucht bin. Ach so, okay. Okay, die verbrannten Gummi riecht. Ähm... Jetzt will ich ja, das könnte aber auch an Reifen liegen. Mal mal. Also, er hat gesagt, oder... Moment mal, kann ich, komme ich hier... Ich komme nicht unter den Wagen hin. Also, er hat gesagt, äh, ihn wundert es, dass es bei seinem Farge nicht nach verbrannten Gummi, äh... Loch. Also, Gummi. Bleiben wir uns suchen. Okay, der Gummi, der Druck ist okay. Also, man hat ja vielleicht noch mehr Infos, bevor wir hier wirklich, äh, voll drauf losgehen. Okay, unser Wohnfest. Ja. Man sieht hier eigentlich nicht sehr viel. So hängen geblieben wäre sicherlich auf Anhieb nicht gerade. Dann werden wir uns mal widmen und kurz mal die Radmutter entfernen. Äh... Reifen entfernen. Wagenheber. Kann ich den hier benutzen? Nö. Ich will den hier benutzen. Wir haben hier Bremsen untersuchen. Ich habe schon zwei Sachen gemacht und eigentlich hieß, man muss nur eins machen. Ähm, und zwar muss man nur, äh... Moment mal, konnte ich den Reifen ersetzen? Habe ich den Reifen ersetzt? Entfernen. Reifen entfernen. Bremsen untersuchen. Ersatzreifen anbringen. So. So. Oh mein Gott. Na nee. Das Benzin hat gefehlt. Ich glaub's nicht. Unglaublich. Ja, super. Ja, soviel dazu. Ich nehme den ganzen Wagen auseinander. Endeffekt fehlt das Benzin. Oh Gott. Ja, einen Schritt hätte gereicht. Riesel, ich brauche ein bisschen mehr. Gut, dann gehen wir jetzt, äh, zum Verwaltung. Jetzt müsste eigentlich, ja, der Fuhrpark freigeschaut sein. Genau. Wir können uns den ersten Fahrzeug jetzt kaufen. Äh... Gerbe Engel. Ja, okay. Wow. Ich brauche ein paar Mitglieder, oder? Na gut, okay. So. Dann wollen wir mal, äh... Ja, ich denke, wir sind zentral zurück. So. Einsätze. Wollen wir die Kontrolle noch? Wollen wir die Kontrolle schauen, was unsere Kontrolle jetzt hier ist? So. Jetzt muss ich Mitglieder haben, wie funktioniert das jetzt? Ich kann hier anscheinend der zweite erste, so steht einsatzfeierter ab 7 Mitglieder. Jetzt habe ich 200 Mitglieder, okay. Ja, so ein Bezirk würde ich jetzt kontrollieren. Dann möchte ich mal den mal zu. Ah, jetzt kann ein Auto zufügen. Motorquampt, okay. Okay. Jetzt habe ich den da in Hink zugefügt. Und was ist das jetzt? Ach du Scheiße. Ach so. Lol. Und jetzt? Jetzt habe ich dein Auto zu wenig. Scheiße. Ja, super. Ähm. Für später. Das geht ja gar nicht. Wie will man das eigentlich schaffen, dass man so kurz vor Ort hat, aber viel mehr Fahrzeuge? Was habe ich davon, wenn ich das jetzt mache jetzt hier? Gut gemacht. Scheint, wie es funktioniert. Ich ähm. Ja. Ich kann das bisschen beschleunigen. Das ist eh schon zu spät. Warte mal der. Ich frage mich dann, wie überhaupt diese neuen Mitglieder dazukommen. Ich habe hier eine Anzeige noch. Boah, aber echt besonders. Was ist das für ein komisches Spiel? Ich frage mich. Ich frage mich. Was ist das jetzt? Monatsende. Drei. Okay. Jetzt haben wir hier Mitglieder. Kriegst du was? Ja, tatsächlich Mitglieder. Ja, super. Das heißt, jetzt muss ich zuerst mal... Ich könnte den Auftrag nochmal machen. Ich weiß noch mal. Da gibt es wenig Geld. Ich weiß, was zu tun ist. Das geht natürlich jetzt, wenn das nicht mehr das selbe Problem ist. Voila. Okay. Das lässt sich natürlich super Punkte machen. Wenn man weiß, was man zu tun hat. Also wir haben jetzt vier... Das gab schon einige Punkte hinzu. Echt? Okay. Okay. Nochmal. Moment. Wie viel brauche ich für das nächste Auto? Oder das Fahrzeug? Zu kaufen? Oh, ich bin zurück. So, Verwaltung. Fuhrpark. Grabe Engel. Hä? Oh. Okay. Ich bin pleite. Okay. Ebenfalls habe ich jetzt genug Fahrzeuge. Und diesmal... Und diesmal, äh... dem Problem gerecht zu werden. So. Jetzt würde ich verarschen. Jetzt habe ich zu wenig Platz, aber... So. Aber wie tue ich den Bezirk aufstocken? Jetzt hätte ich eigentlich genug Fahrzeuge, aber... Ja, super. Ich kann nur einer nach dem anderen... Oh, super. Achso, der muss tanken, oder was? Das ist bisschen doof, weil der muss jetzt hier warten, weil ich ja ehgert da bin. Ja. Jetzt versperren sich alle. Das ist bisschen doof. Ich fahre mich gerade, wieso ich hier nur ein Fahrzeug beherbergen kann anscheinend. Ich muss den Ostbezirk in den Upgrade, weil sonst komme ich hier... Ich komme hier immer zu spät, oder schaff's einfach nicht. So null Tage noch. So. Jetzt mal schauen, wie die Bilanz ist. Ja, okay. Ich habe neue... Ich habe neue... Ich habe neue... äh... Zuschauern. Kurz mal schauen. Ihnen muss es da möglich sein, das aufzupowern. Achso. Das ist... Das war's. Ja, okay. Ja, das war in dem für die Katze, dass ich jetzt hier noch mehr Fahrzeuge gekauft habe, weil ich die gar nicht... äh... benutzen kann. Boah, ich fahre hier verdammt viele... Ja, aber es ist auch ein bisschen doof, wenn man dann eigentlich blöd gesagt nichts machen kann, sondern nur vermasseln. Ja, warte mal. Ich versuche nochmal diese Mission ganz kurz, weil es ging ja schnell. Um, äh... einfach kurz hier... Benzin zu wechseln, so. So. Dann schauen wir. Vielleicht reicht es sogar für eine neue Freischaltung. Ja, Fazit. Oh, okay. Das gibt gar nichts mehr. Okay, also... Immer nur erneuern kann man nicht. Das bringt gar nichts. Also ich muss hier tatsächlich über diese blöde Kontrolle hier... Ähm... Das ist... Das ist ein komisches Spiel. Minispiel, sozusagen. Ich muss jetzt hier, ähm... Ja... Ich muss jetzt diese... Leute hier retten, die hier in die Jungen stehen. Oder pack... Äh... In welche Pannen haben. Eigentlich ist es sehr spannendes Spiel, muss ich sagen. Also ich hätte... Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auf so einer Karte eigentlich schlussendlich abläuft. Und dass diese coolen, äh... Rettungsaktionen, Missionen da... Ja, so ein Minigame-mäßig so nebenbei sind. Also... Da muss ich jetzt sagen... Was ist das für ein Wunder? Ich bin jetzt ein bisschen... Ah, kommt der... Kommt eh zu spät. Und jetzt den hier... Ja, der kommt jetzt hier auch nicht zu spät. Ja, bisschen... Bisschen doof, also... Okay, es hat noch gereicht. Oh! Das war doch schon zu spät, ja? Das... Ein Teil ist, wie du schreibst, wie du den Boden. Ja, zu tief gelegt wurde. Ja, und jetzt... Jetzt muss er dann zuerst... Okay, mal vorbei. Ja, rechts... Ich habe verfügbar rechts reagiert. Es gab einiges neue Mitglieder. Oh, neu eins ist verfügbar. Endlich, so. Also, jetzt haben wir den Einsatz freigestellt. Und zwar den hier. Ein Kunde hat angerufen und beklagt sich, sein Wagen nicht anspringt. Er wartet auf einem Parkplatz in der Stadt. Oh, okay. Wollen wir es mal anschauen. So, wie uns natürlich bewusst ist, kommen wir mal zuerst an den Ort ran. So, das muss der Wagen jetzt sein. Und jetzt schauen wir mal zuerst mal, was der Kunde uns zu sagen hat. Also... Also, sie meint wohl, sie hat ein Licht angelassen, das der Wagen nicht anspringt. Und sie muss ja schon auf der Arbeit sein. Okay. Ja. Also, okay. Ich denke jetzt mal, wenn sie wirklich das Licht angelassen hat, dann wird es die Batterie sein. Dementsprechend werden wir uns auch kurz die Batterie anschauen. Batterie fast leer. So, das war's schon. Ich bin gut. Jawohl. Das war eine schnelle Mission. So. Jetzt habe ich ein paar tausend neue Mitglieder. Ja. Und für das muss ich dann noch 2.000 Mitglieder haben. Oh, ne. Aber echt. Gut. Das bringt noch nichts. Ähm. Verwaltung. Wie gesagt. Vorher bekommen wir... Ach, hier können wir es weiter. Warte mal. 3,7. Was? Hatte ich ja zu wenig Geld? Ach du Scheiße. Hätte ich wohl nicht so viele Autos kaufen müssen. Nein. Was? Die kostet nur 1? Äh. Ja. Okay. Dann schauen wir jetzt mal wie das Spiel jetzt geht. Wobei ihr seht gerade. Äh. Die Folge ist schon am Ende. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie ich jetzt das mit meinem größeren Fuhrpark hier meister, dann schreibt mir das mal wieder rein, wenn es heißt ADAC Dissimulation. Wir haben uns zusehen. Bis dann erstmal. Tschüss.